Hallo liebe Kinder, heute geht es um Teiler. Zunächst mal wollen wir klären, was meint man denn, wenn man von Teilern spricht. Dazu gucken wir uns mal die Zahl 15 an. Die Teiler der Zahl 15 sind die Zahlen, durch die man die Zahl 15 teilen kann, ohne dass ein Rest bei rauskommt. Also, wir gucken mal, aus dem 1x1 kennen wir das ja, die 15 ist durch 3 teilbar, ohne dass es einen Rest gibt. Damit ist 3 Teiler der Zahl 15, weil man 15 durch 3 teilen kann. So, wenn wir 15 durch 3 teilen, kommt 5 raus. Somit ist automatisch klar, durch 5 können wir die 15 auch teilen. Also ist ebenfalls die Zahl 5 ein Teiler von 15. So, das ist jetzt eigentlich was ganz Einfaches. Jede Zahl, bis auf die 0, kann man durch sich selbst und durch 1 ebenfalls teilen. Das heißt, ich kann die Zahl 15 auch durch 1 teilen. Da kommt halt 15 mal raus. Und logischerweise kann ich dann auch die Zahl 15 durch 15 teilen. So, das heißt, 1 ist Teiler von 15, denn ich kann 15 durch 1 teilen und da kommt 15 raus, ohne irgendeinen Rest. 3 ist Teiler von 15, denn ich kann 15 durch 3 teilen, da kommt 5 raus und kein Rest. 5 ist Teiler von 15, denn ich kann die 15 durch 5 teilen, da kommt 3 raus, kein Rest. Und ich kann 15 durch 15 teilen, da kommt 1 raus und ebenfalls kein Rest. Das sind die Teiler der Zahl 15. Es gibt keine weiteren Teiler der Zahl 15. Also wenn ich jetzt durch 4 teile, ja, da kommt 3 raus und noch ein Rest. Wenn ich durch 7 teile, da kommt 2 raus und noch ein Rest. Also es darf kein Rest bei rauskommen. Dieses sind die Teiler der Zahl 15. Wie schreiben wir es eigentlich auf? So, wer sich mit Vielfachen schon auskennt, der weiß das schon, wie das aussehen muss. Ein großes T, das steht für Teiler und dann schreiben wir die Zahl, deren Teiler wir suchen. Also alle Teiler von 15, die schreiben wir dann im Prinzip dahinter, getrennt durch ein Semikolon jeweils, damit man sehen kann, dass das einzelne Zahlen hier sind. Okay, so, die Teiler der Zahl 15 zu finden, ist noch recht leicht. Denn erstmal hat sie nicht viele Teiler und zweitens, aus dem 1x1 ist 15 bestens bekannt. Da findet man schnell alle Teiler. Schwieriger wird es jetzt, wenn eine Zahl größer ist. Also wenn wir von einer größeren Zahl die Teiler suchen. Ich nehme jetzt trotzdem, weil uns die Teilbarkeitsregeln noch fehlen, jetzt eine Zahl, die nicht allzu groß ist. Und mit dem 1x1 noch zu finden ist, als Beispiel, wie ihr vorgehen sollt. Ich habe ja eben schon gesagt, 1 und die Zahl selbst ist grundsätzlich immer Teiler jeder Zahl, die größer ist als 1. Dann fangen wir auch genau so an. Die Zahl 1, die könnt ihr praktisch jedes Mal schon direkt hinschreiben. Die ist immer Teiler dieser Zahl. Also ganz egal, welche Zahl hier steht, außer es ist 0. Jetzt empfehle ich euch folgende Vorgehensweise. Wir suchen sozusagen immer die Gegenzahl, die man multiplizieren muss, um wieder auf diese ganze Zahl zu kommen. Das heißt, einmal was ist denn 24? So, und dann stellen wir fest, einmal 24 ist 24. Und dann schreiben wir die hier hinten hin. Wir wissen nicht, wie viele Zahlen hier zwischen passen. Deswegen lassen wir einen großen Platz und schreiben aber den Gegenteiler hier hinten schon hin. So, die 24 ist tatsächlich auch in der Zweierreihe. 24 ist ein Vielfaches von 2. Bei 20, danach kommt 22, danach 24, sehen wir schon, also das ist in der Zweierreihe. Also können wir 24 auch durch 2 teilen. So, und jetzt gehen wir genauso vor. Wir suchen jetzt den Gegenteiler von der Zahl 2. Wie finden wir den? Wir teilen 24 durch 2. Wie viel mal 2 ist denn 24? Also 12. Dann haben wir auch schon rausgefunden, dass 12 Teiler von 24 ist. 24 durch 12 ist 2. So, und wir wissen, dass 24 auch in der Dreierreihe drin ist. Aus dem kleinen Einmal 1. Also ist 3 ebenfalls Teiler der Zahl 24. Denn wir können 24 durch 3 teilen, ohne dass ein Rest rauskommt. Jetzt suchen wir wieder hier hinten den Gegenteiler von 3. Also, indem wir die 24 durch 3 teilen, da bekommen wir 8 raus und dann schreiben wir hinten die 8 hin. So, und dann gucken wir weiter. Zwischen 3 und 8 passen ja nicht mehr viele. Die 4 wäre möglich, die 5 wäre möglich, die 6 wäre möglich, die 7 wäre möglich. Mehr Teiler kann es hier nicht geben. Alle anderen, die sich auch hier zwischen befinden, müssen einen Rest haben. Denn wir haben hier 1, 2, 3 stehen. Deswegen ist diese Vorgehensweise, indem ich mich von hier der Mitte nähere und von hier der Mitte nähere, ziemlich, also man hat da eine große Sicherheit, dass man keine Teiler vergisst. Okay, wir gucken weiter. Ist die 4 Teiler von 24? Und dann stellen wir fest, ja, ist sie, denn 24 ist in der 4er Reihe. So, die 4 ist also Teiler. So, jetzt müssen wir gucken. Dann suchen wir uns den Gegenteiler von 4, um auf 24 zu kommen. 24 geteilt durch 4 ist 6. So, damit ist klar, die 7 kann nicht sein, denn hier ist keine mehr zwischen, also darf hier auch kein Teiler mehr zwischen sein. Bleibt also nur noch die 5 dazwischen und wir wissen, die 5 ist nicht Teiler von 24, denn in der 5er Reihe kommt die 24 nicht vor. Okay, kompliziertere Teiler suchen kommen erst dann, wenn ihr die Teilbarkeitsregeln beherrscht. Okay, das war's.